guten tag und herzlich willkommen bei einer neuen folge freitag der 13 heute mit dem gastspieler mein bruder also guten tag sag ja und los geht's nach dem intro das war wieder du hast mich eingeladen ich würde mal gerne eine runde spielen und schießen spielen ich bin grad mal level 24 ja ich will unbedingt mal in 3 werden bei diesen ja ich weiß ja der letzte das wurde ja jetzt also wenn es dort drin ist immer da habe ich aufgenommen das schnur franzosen ohne russen wunderschön ich hatte ja das war einer daten der hat sich auf den felsen gestellt ganz hinten wo jason durchs wasser nicht hochkommt da hat er dann gewonnen und dann hatte ich hier franzosen der mit jason sein gespielt hat das ist so doch typ ich bin so ausgeflitten dem spiel ähnliches wenn du die dumm machst ich meine wenn man als killer spielt sollte man auch ja ich finde das ja auch gut dass man kein teamkiller machen kann den hast da steht im törrahmen und wartet bis jason kommt und dich umkrieg hat alle leute angezeigt wo die alle sind da hat er dann zuletzt gewinnt das wird ein abgefackelt komm ich will um an chasen sein komm 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 ne bin ich nicht ich weiß es nicht ich hab ihn zufällig ich bin in der loch ich bin auch der an ich bin einer groß ach da bist du bei mir alles klar so ich denke mal jason wird der erste sein der herkommt ich habe schon mal einen autoschlüssel ich nehme mir die mache doch die türe zu hinter dir die bringt eh nicht die türe na und da musst du aber trotzdem erst drauf hacken ja die türe ist aber kacke jetzt komm mach das radio an ne ich bin oben die LUPE ach da ist jason wo ist er denn ich habe ihn gerade aufgehalten ok na ja warte grad dann habe ich ihn mit dem baseverschläger über den shuttle wo ist der da Keine Ahnung, ich hab ihn gerade flambiert. Oh da ist er! Ach der hat mich vorhin nicht gesehen, der ist so doof. Äh... Warte, 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 warte! Ja, hau mich, du Penner! Äh, ich renne jetzt mal... Ist das ne große Mapper, du ne kleine? Wir brauchen das Telefon-Ding. Ja, das ist hier, aber bis zu kurz das Ding ist, geht mir schon raus auf mich sein. Na, das Item für das Telefon-Ding meine ich. Das brauchen wir. Können wir zusammenbleiben, wo bist du? Ich bin jetzt hier links am See, ich crouch gerade da lang. Ach so, warte, ich komm zu dir. Wer ist denn da will? Da will mich. Seine Spitzhacke hinten rein ran. Und wo bist du? Ja, da stand zu dir. Du bist dort auf der Seite. Da ist ja nur noch im Haus. Weißt du, ist er draußen am Auto? Ja, ist Quatsch, gerade runterschwind an dem weißen Turm hier unten. Da unten ist auch das Auto. Ja. Ich hatte vor uns ne übelst schnelle Runde. Da sind sechs Mann entflogen. Echt? Ja. Wir haben gleichzeitig die zwei Autos fertig gemacht. Dann konnten wir abziehen. Das ist bloß das Zweier-Auto, ey. Ja. Das ist doof. Oh? Der Schiff kommt? Na, lass weitergehen. Weil wir haben eh keinen Sprit. Ich will noch einen reinhauen. Oh. Ja, und dann kriegt er dich. Hä? Krieg dich. Komm, komm. Ich bin doch nicht so schnell. Lauf, Latino, lauf. Eine Karte? Ja. Ich muss das mal ja ausdauer tanken. Ja, ich crouch gerade hier. Ja. Ja. Da kommt... Ich weiß nicht, ob der zu uns kommt. Ja, da kommt... Ja, da kommt... Ja, aber ich crouch. Hast du was zum verteidigen? Ja. Ja, eine Basie. Ja, wenn er mich packt. Ich hab noch ein Messer. Oh, hier ist Sven. Hier ist die Hütte. Ja. Da kommt... Ja, da rennt Minder, ja. Gib her. Gib her. Wie kann man fallen lassen? Aha! Auf Z. Was? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Nein, 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 nein. Komm, nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Ah, ich bin tot. Bist du? Ja. Also? Ich hab einfach gehackt. Damn it. No, no. So. Nooo! Loob up, loob up. Das geht mir schon noch nicht auf den Senkel. Ahhhh, alles. Ja, dann lass gleich rausgehen, weil... Punkte, die ich jetzt hier gekriegt hab. Ja, deswegen. Da kann man auch gleich eine neue Runde starten. Bin grad mal 6 Minuten in der Aufnahme. Warte, ich erst der Gruppe. Ja. Oh, das wär zu cool gewesen, wenn du uns nicht hinterher gerannt wär. Ja. Da hat man jetzt den Pullover schnappt. Alter, ich find das immer... Ich meine, ja, es hat einen Vorteil, wenn du nur drauf hackst, aber... Es ist immer so, ne? Ich versuch immer die Kills zu machen. Ja, weil... Weil da kriegst du... Du kriegst auch mehr Punkte, ne? Als wenn du das trifft, prügelst. Alter, seitdem das auf Deutsch ist, lache ich mich immer über die Tote kaputt. Und dann letztes Tod geknuddelt. Ja, was willst du? Oh. Oh. Schon ein bisschen kaputt, klar. Guter. Guter. Es handelt dann so. Kastriot war schon. Ich komm auch hin. Guter. 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 Warum hab ich das Spiels ausgemacht? Pfff. Ja, aufgeben ist Spiel ausmachen. Ja, ist aber schöne... Ist aber schöne Übersetzung. Aber ich, ja... Naja, du gibst halt dann das Spiel auf. Ja, ich bleibe doch da. Ja, ich bleibe doch da. Hahaha. Jetzt waren wir da typisch. Ist er drin? Nein. Ich bin jetzt wieder im Menü. Ja. Wir haben noch 3.5 des Lover. Ist es drin? Ja. Jetzt geht es gleich oder was? Bei mir geht das ja. Oh, das wird er sehen. Das ist ein Freak ey. Ich hab's gesagt, der kommt. Hallo, 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 hallo. Und was du denn? Ich spiele nur Russen, Franzosen, Kinder, ich verstehe das. Ich hab ne Zeit lang kein Deutsch mehr gehört. Ich aber auch nicht. Bin nur schon wieder eins. Ja und du? Ja. Ja. Ja, das ist so. Alle, 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 alle. Alte Klappe, danke. Rosakrui. Sag mir, sag mir. Sag mir, sag mir. Kim, drück doch mal bereit. Nein. Push ready, please. Meine Fresse. Push ready, please. Oh, der Alter, ich weiß nicht. Wie alt ist der? 14? Ja, ich hab keine Ahnung. Alles nur wenn es da drin ist. Das ist wie Call of Duty, ey. Ab der Schule im Samstag. Oh. Mein Gott. Können wir das mit mal Jason spielen? Oh mich. Ich würde gern mal in der Aufnahme wegs einen Jason spielen. Ja, das ist natürlich nicht. Ja, das ist natürlich nicht. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Ja. Da kriegt der Fallgekopf. Hä? Hm. Ich bin's auch nicht. Ah, die haben ja auch neue Anfangs-Hunus rein gemacht, ey. Ja, in verschiedenen Maps sind die verschieden. Kleine. Ah, ah, ich bin am großen Häusel. Ich bin, ich bin da ja in einem Haus. Na, ich bin in einem großen Haus. Na, ich bin über dem Fluss drüber. Na, ich komme dann gleich zu dir, wenn ich das Haus gelötet habe. Ja, ich gucke jetzt bloß schnell das Haus hier durch und dann geh ich hier eh raus. Weil das wird doch... Oh, ich hab ein Messer. Ich hab ein Wokidoki. Ja, ich auch. Hab jetzt ein MTS, von da ist scheißegal. So. So, hier ist ne Karte. Ich hab das Telefonding. Ja, sehr gut. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Na, ich auch nicht. Such mal zusammen. Ja, wenn ich nicht sterbe, bist du ein Schürter. Ja, ich habe einen. Aber hörst du das auch immer, dass der sein scheiß Mordmesser schmeißt? Ja. Das ist ein Soundpack. Oh, ich hab eine Schrotflinte. Oh, hier ist ne Karte. Ja, die könnten ruhig mal mehr Schuss in die Waffe tun. Die Russen immer. Oh, jetzt ist er bei mir in der Nähe. Ich glaub, der tut grad das Auto verkabel. Ja, der Fallen ringsherum. Auf jeden Fall muss ich das Telefonding finden. Oh, der kommt doch grad direkt zu mir, der Russe. Ne Karte hab ich auch. Oh, muss der durch wegquatschen? Ich hab keine Ahnung. Er ist dann sch aluminum, das ist der Fall. Okay! Oh, Shut up. Oh, f*** up. Meine Fresse. Speak english, please. Speak english, please. Speak english, please. Ein Russe. So, das war schön. Was nix du sein? Wo bist denn du. Immer noch im großen Alter. Im Loot. Ich bin jetzt geflüchtet vor Scheissen. Kamlo. So, wenn du unterwegs sind und komische Dinge siehst, sag Bescheid. Boah, ich mute die jetzt alle, das geht nicht so auf den Sack. Wie kann man die nicht alle müden? Ja, im Menü, rumschalten. Geht doch eh kein Mensch. Hier ist auch kein, hinten ist noch ein Haus, ich guck mal hier hin. Stimmlaut, stärker oder was? Also ich hab mal, haben wir Tommy Jarvis schon gerufen? Ne. Ja, ich hab dir alles runter geregelt. Weil, ich meine, wenn es wenigstens Engländer wären oder so. Damit du die wenigstens halbwegs verstehst, aber nicht sowas. Nur Russen, versteh das nicht. Warte, die Bude hier verbrache ich gar nicht mit Porsche. Bin hinter dem Haus. Ja, ich komm jetzt raus, weil ich, weil ich, weil ich such das. Warte, ich kann eigentlich auf der Karte gucken. Ah ne, du bist hinter das. Achso, du bist links von mir so so. Wo die zwei Häuser sind. Ja. Da ist Tommy Jarvis drin, ja. Tommy Jarvis haben wir jetzt gerufen. Wann sieht man das? Da musst du Karte öffnen. Da siehst du es rechts. Müsste dann stehen, dass da der abkackt. Ja, das steht da. Ja, warum das ist. Steht ja nicht da. Warte, Theo. Warte, Theo. Warte, Theo. So, die Frage ist jetzt. Ich brauche das Telefon-Ding. Damit wir das reparieren können. Damit wir das reparieren können. Guck mal hier abklappern. Ah, wir sind jetzt da oben. Oh, da ist noch die Scheine. Es war auch schon mal an der Scheine. Echt jetzt? Ja. Du warst bei mir noch nie. Warte mal, da müssen wir mal gucken. Wir sind ja gerade auch da hinten. An der Scheine. Echt? Bis ich saß. Nicht rennen, das hört er. Das sieht er, wenn du schnell rennst. Er hört doch so, dass ich hier renne, weil ich übers Laut bin. Das Typ. Ja, aber trotzdem. Wenn du schnell rennst, das sieht er komplett auf der Map. Ja, warte mal. Ich glaube, er hat eine Falle da vorgestellt, oder? Nee. Nee, dann mach. Oh, es ist das für immer. Was ist denn das für immer? Ja, dann machen wir jetzt noch eine Runde, weil ich bin bei 15 Minuten. Ey, das geht doch nicht. Die Deutschen sind zu schnell. Oh, nee. Wieso? Dann nimmst du ja schon ein Let's Play auf und dann enden wir ab, oder? Ich bin ja auch nicht gewohnt. Nee, das ist ja scheiße. Geh raus. Wir kommen noch weiter. Ach, der hat's ganz ändern. Na gut. was tun wir weg sind die auto bisschen damit ich habe die komplett wenn ihr doch mal ein engländer dabei ist der tipp gibt es noch ich bin so gut letzte runde wird es mal ein ich bin ich bin dann close ich habe autoschlüssel ich bin am close und gehe jetzt hinter dem close in so ein gebäude rein ich bin am close und gehe jetzt hinter dem close in so ein gebäude rein das wäre ich habe keine karte die russen alles ich habe die auto batterie detektiert bei mir ich habe keine karte ich habe jetzt eine karte ich weiß nicht welches auto jetzt welches ist das jeden was blaue glaube ich bei mir da gehe ich zum klaren das problem ist ich habe jetzt nur eine base du müsstest mal herkommen ich nehme die batterie und wir gehen zum auto ich bin gleich da komm schon raus weil oh nein ja der ist links geht er woanders lang der jagt doch was anderes komm raus der musik wird wieder ne der ist da hinten der jagt die anton ja gut ja wenn da zufällig noch andere einsteigt das scheiß ja aber wir brauchen noch benzin autoschlüssel habe ich ja ok ok das ist das blaue ja äh was in der werkstatt schon ja da ist nix drin plus die axt gewesen und gegen benzin äh die haben doch gesagt Werkstatt und da ist nix drin das blaue oder das gelbe das blaue du bist mich beschützen ja mit dir hat nix aha rotha nicht so lange oder Mensch da ich habe keine karte äh ich 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 schläge hier meine falle auf dich raus ich schläge hier meine falle auf dich raus so weiter gucken komm ja die hat benzin aber doch benzin ja du bist nicht führen wo ich langfahren soll ich habe keine karte scheiße also ich gucke wir fahren du musst bloß der dicke Straße folgen ich muss einfach nur ja scheiße dass du nicht rauskommst weil jetzt bin ich da rauskommst halt wohl jetzt wird gleich schäsen auf kreuzen ja wenn der vor mit wo meine karte stehe American Da ist er! Das ist nicht so stöhf jetzt! Go 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 go! We will distract him! Go go go! Hey, er ist voll! Hau ab! Ja! Das wird nix! Ah, der wird nicht viel so lang durch! Ah! Ah, der Klapp! Ah, nein! Ach, schade, schade! Nein, ich fahr weg! Fahrt weiter! Ist hier noch jemand bei mir am Auto? Vielleicht kommt er! Ah, er ist schon da! Ist er schon da? Das ist scheiße! Ah, nein! Ich war leck! Und ich bin gegen einen Baum gefahren! Scheiße! Ah, ich bin selber jetzt auch tot, oder? Ja! Bin auch tot! Ich bin hier gegen einen Baum gefahren, obwohl er doch kein Baum ist! Don't care, please! Das war... Das war... Das war ein Bug! Hier ist gar kein Baum auf der Straße! Und bei mir hat's angezeigt, dass ich gegen einen Baum gerucht bin! Das war ein bisschen... Ja, ich bleib jetzt hier noch drinnen, bis die Runde zu Ende ist! Hey, go, 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 go! Wegen Punkte! Aber ich mach da nicht nur eine Runde! Aber ich mach da nicht nur eine Runde! Also jetzt... In der Aufnahme! Ich werde danach die Runde bannen! Ja, aber wir können das schon zusammenspielen! Weil sonst geht's zu lange! Das hat mich jetzt angekotzt! Das hat mir wirklich angezeigt, dass ich gegen den Baum gefahren bin! Okay! Und dann wo ich aber... Auf der Straße stand, da war kein Baum! Da wo ich den Baum gesehen habe, das Ding hab ich grad gefragt! Vor Flight Chase? Ja, aber als Baum! Naja! Verkleidet! Verkleidet als Baum, ja! Der hat schnell ein Kostüm angezogen! Hm... Komm mal! Das hat das Rest, das soll mich da auch wissen! Ja, fuck! Come on, chicken shit! Come on, you pussy! Ja, nehmt das Kache aus heute! Nehmt die Kache aus von uns, ja! Jetzt müssten die bloß auf Deutsch reden! Ne deutsche Synchro reinmachen! Aber ich glaube, das wird nicht kommen! Ja, schlägst du, ob das so gut klingt als Deutsch! Das ist das! Ah! Come on! Wir halten... Wir halten... Wir halten... He-Hen hat's geschafft! Ich will helfen, Jace will dich zu gewinnen! Ich vermute dich! Der hat die Fertgegen-Pok! Du siehst? Ich rösten... Er schlägt der... Ja ... Ja! Hehehe, So! Wandel auf an! Oh mein Gott! Da verkratscht es da, Chase! Machen wir! Genau! Lütter will sich töten! Na, jetzt kommt er nicht mehr raus. Jetzt kannst du bloß noch warten, bis er reinkommt. Und dann versuchen, über den Bands zu zählen. Ja, ist klar. Ja, das geht manchmal. Aber wenn der an der Tür steht, ist er natürlich nicht gerade... Ja, das war's jetzt. Hä? Ja, der war doch schon eine ganze Zeit verletzt. Achso. Das war ein bisschen ulkig alles jetzt. Ja, er guckt raus, Bruder! Achso. Warum nicht? Die Arterie öffnet sich nicht. Ja, geh raus. L... Ja, lasst euch halt. Damit ich Hunde mache. Toll! Das Fenster ist nicht mal kaputt gekommen. Das sieht auch immer so lustig aus. Ja. Ja, da müssen sie noch irgendwie was machen. Ja. Und so Fenster-Kill-Move ist langweilig. Was ist cool, wenn du einen aus dem Zelt saß? Ja. Ja. Und dass er den... äh... Slavsacken wieder ins Feuer haut? Oder gegen so? Na, wie im Film. Ja. Na gut, hiermit bände ich das Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!